...Skyer Industries... ...ja, jetzt bin ich Level 7, ja. Hab ein bisschen gespielt, ähm... ...und spiele jetzt halt mal Mercy, weil ich es in diesem Spiel liebe, zu heilen. Ja, we're watching over you. Vor allem ist das das Geile, sie kann bei ihren Teammates sich einfach hinfliegen lassen. Und zwar so. Das kann sie bei jedem. Also bei jedem Freund. Dann kann sie ihr heilen. Und mit dem anderen, äh, Zauber kann sie Damage buffen. Also einen Damage-Buff geben, das heißt... Ja, sie macht ihre Leute stärker. Sie hat natürlich auch hier eine Pistole. Aber ganz ehrlich, als Mercy benutzt man keine Pistolen. So, und ich bin jetzt mal hinter Widowmaker. Denn wir müssen den Punkt hier defenden. Oh, die ist da oben irgendwo gelandet jetzt gerade. Ne, doch nicht. Also ich bleib jetzt mal bei denen hier. Man kann auch durch die Wand die Teammates sehen. Das geht bei denen, Charakter. Und auch wie viel Gesundheit die hat. Also die haben, meine ich. Wenn sie grün sind, haben sie voll. Wenn sie orange sind, ja, so gelblich. Dann haben sie auf jeden Fall schon Blut geleckt. Und wenn sie... Ähm... Plus haben, also ein weißes Plus mit roter Umrandung. Dann heißt es, sie müssen unbedingt geheilt werden. Und genau das werde ich hier tun. Ich werde heilen. Das war jetzt Fail von mir. Komm, mach was. Gib der... Ich geb ihm grad Damage. Oh. Da seht ihr's gerade. Okay, gut. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier unbedingt weg. Oh oh. Okay, alle sind so tot. Das ist gar nicht gut. Ich bin der Einzige hier. Ich muss mich irgendwie verteidigen. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. So knapp. Das war so knapp. Okay, gut. Wenn die Freunde natürlich nicht in der Nähe sind, dann kann ich jetzt Mercy auch nicht viel tun. Irgendwie leckt das gerade ganz schön. Warum auch immer. Oder ist der Typ einfach nur irgendwie gerade sehr komisch? Ich weiß es nicht. Wir müssen defenden. Der Kreis darf sich nicht füllen. Das Problem ist, ich kann mich jetzt ordentlich schneller bewegen. Es sei denn, ein Teammate ist halt. Vor mir. Das ist echt der große Nachteil in diesem Charakter. Aber dafür ist er halt echt gut. An sich. Ich muss sie heilen. Ich muss sie heilen. Ich kann sie zwar auch selbst heilen, aber. So. Damage Buff. Jawoll. Hast du gut gemacht. Da ist noch irgendwo ein Gegner gewesen. Damage Buff. Komm, treff. Treff. Jawoll. Oh oh. Er braucht Heilung. Woo. Okay. Und wieder Damage. Also man kann echt gut abwechseln zwischen den beiden. Vor allem Reaper macht der an sich schon gut Schaden. Oh oh. Zack. Da habe ich einfach mal meine Pistole ausgepackt und den Headshots gedrückt. Jawoll. Komm, mach Damage. Okay, ich muss ihn heilen. Nein, nein, nein. Nein. Ich will Reaper heilen. Also ich finde mich als Heiler schon ziemlich gut. So, Damage. Jetzt geht's los. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Aber. Das Geile ist, ich kann mit Dreieck Freunde wiederbeleben. Ja, das geht. Das ist echt geil. Also der Skill ist auch ziemlich gut. Ich glaube, sie kann nur reviven. Und wir defenden gerade ziemlich gut. Oh ne, da hinten ist schon wieder einer tot. Damage buff. Heilung. Oh. Es ist so aufregend hier. Damage. Komm, mach sie platt. Oh shit, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich komme. Und den nächsten ein. Alter, das ist so. Also wenn ich nicht viel Punkte bekomme, dann weiß ich ja auch nicht. So, ich bleib jetzt auf jeden Fall mal hier in der Area, damit hier auf jeden Fall irgendeiner ist. Und bleib bei dem Reaper hier. Komm, mach Damage. Okay, der braucht Heilung. Oh, mein Hund schon wieder. Ich hab das Spiel immer noch auf Englisch, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Aber manche Sätze von, ähm... Oh oh. Mach Schaden. Jawohl. Also manche Sätze sind auf Deutsch von ihr. Warum auch immer. Oh oh. Oh oh. Oh shit, ey. Jawohl. Das läuft doch. Oh. Wo ist sie? Nein. Okay, wir haben gewonnen. Hammer. Das ging ganz schön schnell. Oh oh oh. Das war krass. Also ich finde, ich als Teil habe meine Aufgabe super gemacht. Unter einen Handzuh hat man wieder das Game, äh, das... Na, ihr wisst schon. Play of the Game gemacht. Okay, ein. Nice. Nice Headshot. Das war krass. Ja, da guckt es euch an. Offen... Offensive Assist. Aber ich werde nicht gewinnen. Oh doch. Ja, ich habe die meisten Stimmen gehabt. Immerhin. Ja, Healing Done hat... Klar bin ich da der Beste gewesen. Das ist logisch. Ich war auch, glaube ich, der einzige Healer. So, und wir nehmen natürlich gleich noch eine neue Runde. Ich meine, sieben Minuten. Was ist das für eine Folge? Gar nichts ist das. Und da ja noch ein paar Folgen kommen werden. Aber nicht viele, wie gesagt. Es sei denn, ich hole mir das Spiel im Juni. Wenn überhaupt. Wie gesagt, Entscheidung zwischen Battleborn und... dem Spiel hier. So, ich habe Widowmaker noch gar nicht gespielt. Ich habe auch einen schönen rosa Skin für sie. Sie ist übrigens Franzosen. Am Anfang dachte ich, sie wäre Russin. Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Was war das denn gerade? Okay, einer will noch nicht so ganz. Ach so, diese Teamtipps sollen heißen, dass ein Support Room noch gebraucht wird. Ja, gut, der will nicht. Ja, wie gesagt. Ich dachte am Anfang, sie wäre Russin. Aber sie ist Franzosen. Französin. So. Sie hat eine geile Rifle, wie ihr seht. Ey, der Skin überträgt sich ja auch auf die Waffe. Das ist ja genial. Das wusste ich gar nicht. Ja, und sie kann auf L2 ihr Modus von der Sniper umändern. Und die ist extrem gut. Sie kann auch mit L1 einen Hook werfen. Und mit R1 kann sie eine Mine, also quasi C4, überall gegenschlödern. Das geht auch. Und dann kann man sie auch, glaube ich, irgendwie... Ah ja, Nahkampfangriff. Klar. So, und das sind die ganzen Skills, die sie hat. Das ist echt stark. Auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich auch den Hook benutzt. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und als Attacker ist sie eigentlich gar nicht so gut geeignet. Nur will ich sie jetzt einfach mal zeigen. So. Grapple Hook. Komm, komm, komm. Lass mich da ganz nach oben. Am besten da oben hin. Wenn das geht. Ich weiß es natürlich nicht. Nee. Geht leider nicht. Oh, shit. Ey, das ist schon wieder dieselbe Map. Das ist cool. Okay. Okay. Ja, komm du mal her. So. Hook time. Ich könnte natürlich auch sniperen, aber das mache ich gleich erst. Zack, zack, zack. Nein, 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 nein. Der heilt sich wieder. Du Sau, stirb endlich. Nein. Oh. Oh. Visier. Scheiße. Da hätte ich eigentlich sniperen müssen, ich Idiot. Wenn ich schon Visier... Ja, ich bin schon wie ein AFK-Typ. Was ist mit den Leuten los? Alter, es ist ja ein Teamspiel. Capture. Wäre aber schön, wenn du capturen würdest. Oh, oh. That bad joke, dude. That bad joke. Let me ruft da. Ah, das ist französisch für, äh, let me... Let me, äh, ja. Ihr wisst schon. So, Alter. Sniper! Nein, nein, nein. Ach. Das ist dumm, während des... Das macht keinen Sinn, während des Schießens auf Sniper zu wechseln. Ja, der spielt Zarya. Und Zarya soll ein echt schwerer Charakter zum Spielen sein. Aber das soll ja, ähm... Ah. Wie heißt er denn? Ich glaube, Bastion. Oder, also Bastion. Soll, glaube ich, auch ein schwerer Charakter sein. Mhm, angeblich, ja. Ey, ich wollte gerade... Ich hab gerade mein Visier eigentlich... Alter, ich bin so schlecht gerade. Ich bin mit Widowmaker eigentlich... Also Widowmaker eigentlich ziemlich gut. Nur gerade eben. Ja, ich musste echt noch eine Pose. Ich glaube, für die Map ist Widowmaker nicht ganz so gut geeignet. Vor allem müssen wir auch attacken. Und das schaffen wir einfach nicht. Oh, nice. Einfach mal da hin, was. Ja, da... Jawoll. Von wo kommen sie? Jawoll. Gecaptured. Jetzt geht mit... Ah, das ist ganz normales, äh... Capture the Flag. Ich verstehe. Jawoll. Noch einer der Stressel? Ich denke nicht. So, jetzt können wir wieder weiter ein bisschen vorangehen. Ja, das ist schon echt nice. Das macht schon echt Spaß. Oh, da war einer. Ah, das war ganz schön mies von mir. Zack, 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 zack. Jawoll. So, ich will da nach oben. Dauert mir zu lange. LOL. Ja, geil. Erstmal verspendet, ey. Den Grabhook. Den Grabhook. Warum treffe ich den nicht? Komm her. Ey, komm, das war... Oh, 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 oh. Ja, I got you too on my side. Oh, fuck. Geil, jetzt habe ich die Ulti verschwendet. Oh, Mann, ey. Oh, scheiße. War das ein Bastion oder war das ein Junkrat? Ach, nee, das war, glaube ich, diese komische Fahrer. Bei dir hat der so einen komischen Rocket Launcher. Ja, komm, jetzt müssen wir nur noch B attacken. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Wir müssen das Ding nach Hause bringen. Ha. Ich kriege den nicht. Was ist los bei mir? Ah, ganz so geil fliegen tut ihr auch nicht. Ich wollte eigentlich da rauf, aber okay. Ja, merke ich, dass es behind me ist. Dankeschön. Bisschen sneaky sneaky. Zack. Zack. Oh, jetzt wird nur noch Tracer. Wo ist sie, die Alte? Komm, catch an. Jawohl, ey. Wie gut war denn das gerade bitte? Wo ist sie? Oh, das gibt's doch nicht. Nein, ich war nur die letzte Rettung. Äh, letzte Hoffnung. Ach, scheiße. Aber ich hab ein Visier. Das ist gut. Das Dumme ist nur... Ja. Den ganzen Weg wieder latschen. Das ist so beschissen. Aber immerhin hab ich's ein bisschen vorangetrieben. Immerhin einer, der ein bisschen auf Punkte geht. Oh. Das ist nice, danke. Zack. Die Capture an. Der ist aber weg. Oh, scheiße. Komm, wir haben's doch fast geschafft. Saria, los. Tank mal ein bisschen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was war das denn? Okay, krass. So. Ja, scheiße. Egal, Visier. Was war denn das? Instantot. Ist ja nicht euer Ernst. Was macht denn der da? Scheiße, jetzt klingelt dir auch noch jemand, ey. Na, jetzt kann ich aber die Runde nicht beenden. Wir sind nämlich kurz vorm Gewinn. Oh, oh. Da war Hanzos Lieblingsspruch. Oh, shit. Ja, gut. Das hat er ein Glück versemmelt. Ich kann aber auch grad gar nichts. Ich bin grad richtig schlecht. Ey, wirklich. Was ist das für ein Scheiß? Warum bin ich grad so scheiße? Das ist doch nicht mehr normal. Okay, zwei Minuten maximal geht die Runde noch. Oh. No one can hide from my sight. Das ist doch schön. Was ist das denn eigentlich da für ein Ding? Kann man das kaputt machen? Nee. Ah, ich glaub, das ist so ein Ding, wo die dann... Nee. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Alter, wie viel halten die denn jetzt aus? Ich Capture! Double Kill? Ich habe ein Double Kill gemacht. Ja komm, Bastion, du machst das, du machst das! Jawohl! Sieh! Yes, super gemacht, Team! Geil! Echt nice! Ah, da stehe ich! Geile Widowmaker, ich! Oh, der war doch in unserem Team, oder? Schade, ich habe eine ziemlich gute Leistung verbracht, fand ich. Ah ja, das war gerade eben, ja. Da war ich gerade, ja. Ich habe auch schon ein Triple hinbekommen. Oh, der hat viel gemacht, okay. Okay. Äh, Capture, Damage Blocked, Gold Medal Earned, Total Five? Das ist krass. Fünf Gold Medaillen ist nicht schlecht. Ja, bei den Gegnern gucke ich schon gar nicht erst vorbei, ey. Oh, vier Silbermedaillen. Auch nicht schlecht. Okay, Freunde. Das war es jetzt aber erstmal. Die Lootboxen öffne ich jetzt nicht. Das werde ich wahrscheinlich in irgendeiner anderen Folge machen, wenn ich genug davon habe. Wir, äh, Entschuldigung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Overwatch. Mal schauen, wie wir denn da spielen. Ähm, auf jeden Fall Charaktere, die wir heute noch nicht hatten. Ähm, ja. Ich finde Widowmaker ziemlich krass, immer noch. Wenn ich mit ihr besser könnte, wäre sie halt ein OP-Charakter für mich. Ähm, und wen hatten wir jetzt noch in der Folge? Ah, ja, genau. Mercy. Mercy ist super Healer. Macht echt Spaß, mit ihr zu spielen. Und eigentlich mag ich gar keinen Healer. Aber irgendwie finde ich es hier ziemlich cool. Gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge von Let's Battle Overwatch. Und ciao.